so und da sind wir auch wie angekündigt geht es jetzt direkt weiter ich lade das spiel und kann euch vielleicht ganz kurz noch mal begrüßen falls ihr neu reingekommen seid stuhl ist hier der mvp liebe sponsoren wenn ihr irgendwie ist der stuhl offensichtlich sehr wichtig hier bei mir vielleicht wollte mir irgendwie weiß ich nicht coca cola oder so vielleicht habt ihr bock drauf die würde des stuhls ist unantastbar sagt der chat danke der nervtyp der dich gedrängt hat das zu spielen ist auch wieder dabei schön dass du weiter zockst habe so bock drauf ach so das ist nämlich mal an be at dude weil es gab tatsächlich gestern er hat mich nicht genervt aber es gab eben jemanden der das sehr vehement gefordert hat dann habe ich direkt gekauft 30 euro aus meinem privatvermögen entkehrend und deswegen spiele ich jetzt auch eine weile das geld muss ich ja irgendwie auch wieder rausholen und schon geht es los guckt euch das an das ist der schaukelstuhl von dem wir eben im spiegel erfahren haben das ist der schaukelstuhl von dem wir ebenen im spiegelen f template dass wir hier sind So richtig weiß ich noch nicht, was ich hier mache und warum ich es mache. Aber hier oben rumlaufen und sich erst mal umgucken, das kann eigentlich nur eine gute Idee sein. Okay, da kann ich nicht lang. Da geht es hoch, da gehe ich gleich hin. Okay, die kann ich nicht aufmachen, das ist selten. Und hier ist gar nichts. Ja, gar nicht so spannend hier der Dachboden, für den ich so lange gearbeitet habe, dass ich da endlich hinkommen kann. Aber dafür habe ich ja jetzt ein Loch gefunden, da werde ich gleich mal reingehen. Das ist eindeutig ein neues Zimmer. Und warum ist es draußen so hell? Das ist doch eigentlich ewige Nacht. Wichtige Gegenstände können wir in der Welt lagern. Okay, ja klar. Haben wir ja schon mitgekriegt, kann ich. Ja, dann spiele ich doch mal ab. Okay, ich nehme an, ich muss die nochmal gucken, wie kann ich das Ding nochmal so. Ich nehme an, ich muss die einfach nehmen und, ah, okay. Dolores' Symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. I don't know what to do anymore. It feels like the treatments are only making things worse. Today she told me she often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Okay, hier ist jemand aber auch so ganz eindeutig verrückt geworden. Der hat ja wirklich zehnmal dasselbe Bild aufgehängt. 20 Mal! Ich nehme an, das Kind ist Dolores. Aber was machen kann ich hier nicht? Ein bisschen Schokopulver und den Öffner habe ich hier. Aber so richtig bringt das jetzt auch nichts, ne? Was bedeutet das? Das sieht aus, als würde etwas fehlen. Ein Schuh, ne? Ein Schuh fehlt. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall später nochmal hin, sobald wir ein bisschen mehr in Erfahrung gebracht haben. Ah, da ist doch der Schuh. Ja, das ist halt einfach ein ekelhafter Patoffel. Was ist das? Achso. Soll ich den jetzt potenziell dahin legen? Ja, tatsächlich. Das hat auf jeden Fall geholfen. Spiegel ist kaputt und dieser Pullover ist jetzt weg. Hängt der jetzt hier? Ja, irgendwie schon, ne? Okay. Aber mir hat das jetzt nichts gebracht. Na ja, das hat sicher noch eine Bedeutung, die sich später zeigen wird. Aber ich habe noch nicht verstanden, was mir das jetzt gebracht hat. Oh, ist da was drin? Wahrscheinlich ist die Tür auch aufgegangen. Feuerzeug geht nicht auf. Sollte ich ja eigentlich nicht, ne? Da hingehen. Ins Dunkel. Habe ich vielleicht... Naja, okay. Ich muss da lang. Ich sehe doch nichts. Ich habe original die Tür gefunden. Ich glaube es ja nicht. Nee. Ah doch, da. Okay, da komme ich her. Jetzt bin ich hier. Puh. Das ist ja die eine Tür eben gewesen, die vorhin schon zu war. Das hatten wir auch schon. Also so langsam haben wir uns mehr oder weniger alle Räume erschlossen. Da steht, ich habe keine Pillen, aber ich weiß natürlich, wo ich welche gelagert habe. Oh, das ist neu. Oh, ich nehme an, da darf man jetzt nicht mehr hin. Was ist hier. Was ist hier? Was ist hier? Komm, mach mal aus. Na, ich mag es aber eigentlich, wenn es an ist. Nee, sieht nicht da so aus, als ob hier wirklich viel wäre. Das ist aber echt nicht schlecht, ne? Geprüfte Sicherheit. Da hätte mal irgendwie jemand mir sowas für mein Fahrrad geben sollen, als ich das hier in Hamburg abgestellt habe, an meinem ersten Tag in Hamburg. Woraufhin es dann geklaut wurde und ich mir ein zweites Fahrrad geholt habe, was dann im Keller eines Freundes nach einer Woche geklaut wurde. Hamburg. Your only bike once. Oh, das sieht alles so ungut aus. Da hat Anna sein Gedärm zufällig auf der Treppe liegen lassen. Ihhh, das ist bestimmt so ein Nachgeburt-Style. Guckt euch das an, hier war doch vorher was anderes. Ja, rutsch mal schön am Bauch, am Bauchnabel runter ins Böse. Krass. Ist ja eine komplett neue Gegend. Ja, ja, ja. Mutriger Mann läuft von links nach rechts, hatten wir alles schon. Die Frage ist doch, kann ich hier auch ohne Feuerzeug durch? Ich glaube schon. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Hm. Kann ich das Ding nicht sowas wie einschlagen? Nee. Mhm. Ja, ich, ich, ich. Ich könnte halt mal in eine Richtung rennen. Oh, da ist doch was. Moment. Nee, da war tatsächlich hier jemand. Und irgendwie ist der Spiegel, zeigt auch irgendwas anderes, gefühlt. Ja, jetzt, jetzt, jetzt sieht es wieder alles identisch aus. Aber eben sah das aus, als ob der eine Spiegel etwas anderes zeigt. Ja. 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 Ich hab da eben eine Person gesehen in einem dieser Spiegel. Der hier. Der ist not like Zaza. Tja. Bin so ein bisschen überfragt. Ich lauf einmal nochmal mit Blick nach außen dran rum. Vielleicht hat sich ja hier im Außenbereich irgendwas verändert. Ne, auch nicht. Was schreibt denn jemand von euch? Hast du eine Lampe? Ja, aber die geht nicht an. Ich renne mal in eine Richtung. Ich bin offensichtlich in seinem sehr großen Raum. Und überall das Gebälk. Ja, okay. Ich glaube, ich muss das da vorne irgendwie lösen. Das ist doch genau das, was ich meinte. Und jetzt würde ich das halt normalerweise versuchen, einfach kaputt zu machen, ne? Mit dem... Ah, jetzt hab ich's wieder gelagert. Okay. Ich probier's nochmal. Vielleicht ist es ja wirklich das. Und zwar... Ne. Das Ding einfach mal in die Hand nehmen. Wichtigen Gegenstattern untersuchen. Drehen. Ne, okay. Ich kann nicht viel machen damit, ne? Okay. Die erzählen mir schon irgendeine Geschichte. Okay. Das war so klar, ne? Das war so klar. Das war so klar. Ich hab so viele Horrorspiele gespielt und eigentlich sollte es sehr schwer sein, mich noch zu überraschen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand, dass ich jetzt gerade echt... Da hab ich irgendwie dann doch nicht mit gerechnet, obwohl ich natürlich damit rechnen musste. Okay, was ist hier? Jetzt gibt's mir doch mal irgendwo ein bisschen... Ein kleines bisschen Licht. Ach, da steht ja jemand! Bring me, my child. Ja, dann macht man das natürlich, ne? Wenn das die seltsame, atmende, creepy Frau aus der Ecke so erzählt. Ah, hier, wir sind hier wirklich in dem Raum, in dem, ähm... Ja, warum geht denn das? Ja, okay, ich kann's nicht anmachen. Aber in dem Raum war ich eben schon. Zumindest sieht er genauso aus wie der andere Raum, der auch eben so eingerichtet war. Ja, ich bin irgendwie plötzlich in einem ganz anderen Gebäude. Alles hier ist komisch. Das ist ja geil. Okay, das geht jetzt auch. Kommt das von oben? Ich wette, ich muss runter in die Garage, oder? Oh, das Ding hier, ja, da ist der Geheimgang. Dann gucken wir doch mal. Ist das ein Hammer? Ja, das ist ein großer Hammer. Ja, da ist ein Hammer. Okay. Ich kann ihn benutzen. Er macht zwar keinen Sound. Ah, Moment. Ich muss kurz... Ah, da kann ich nicht mehr lang. Scheiße. Habe ich jetzt die ganzen Gegenstände in einen Raum gelegt, in dem ich jetzt nicht mehr reinkomme? Ich hoffe nicht. Das könnte theoretisch passieren. Okay. Okay. Will ich doch. Ähm... Das geht ja wirklich! Das geht ja wirklich! Das ist ja seltsam, mir ist ja gar nichts. Keine Ahnung, offen gesagt, weiß natürlich nicht, was man hier überhaupt... Ja klar, kein Hinweis, Mitternacht ist es wohl auch nicht, ne? Kann man aber einmal ausprobieren. Geisterstunde. Davon fühlen sich Geister immer enorm angezogen. Von dieser Form von Logik. Ja, leider nicht. Teller vielleicht, hier auf dem Teller ne Uhr. What the fuck, Alter, was ist denn das hier? Escape Room, oder was? Okay, das sind alles Dinge für später. Scheinbar. Ich habe das Gefühl, man könnte hier auch die Wand einreißen. Komm, das kann man echt nochmal versuchen. Ich finde, das war eine gute Idee, weil das sieht hier eindeutig so aus, als ob hier in der Mitte auch ein Eingang ist. Aber ich glaube, dazu muss man... Nee, dazu muss man dann hier diese Rätsel lösen, nehme ich mal an. Okay. Oder hier, ne? Das sieht so aus irgendwie. Naja, ist ein Thema für das nächste Mal. Jetzt haben wir erstmal einen Hammer. Und wenn man ihn hat, muss man ihn benutzen. Nee. Ah! Warum? What happened? Einfach so? Okay, scheinbar war ich einfach am Ende meiner Kraft. Leider hatte ich diese Medikamente nicht mehr, denn die habe ich alle gesammelt, damit ich sie finde. Und jetzt finde ich sie nicht mehr. Die Monster-Oma. Okay, hier kamen wir eben her, ne? Das Ding, da wurden wir gerade angeschnabuliert. Ich glaube, hier geht es jetzt weiter eigentlich. Nee, oh, falsch. Ja, jetzt ist hier oben nämlich wieder normal. Oh, hier ist auch ein Spiegel. Das wird wirklich immer irre. Da werde ich gleich mal durchgehen. Aber vorher... Ah ja, hier war... Okay, also das ist die Frau. Vielleicht ist das Dolores. Und die hat mit Sicherheit ihren Mann umgebracht. Oder so. Irgend so was in der Art. Äh, ja klar. Wenn das Kind eine Kugel hat, will ich auch eine Kugel haben. Das ist aber eine geile Kugel. Hier, wie kann ich die kaputt machen? Ja, gib sie einfach mir. Ich kümmere mich drum. Ich will das ja eigentlich nicht machen. Aber ich wollte gerade... Vielleicht mache ich es doch mal. Habe ich den Hammer noch? Ich habe den Hammer gar nicht mehr. Ach, das waren schon alle. Habe ich komplett gehammert? Doch, ich habe ihn doch. Genau, ich wollte nämlich mal gucken... ...was man noch so machen kann. Au! Na, okay, das... Der Embryo... Der hält einiges aus. Ja, komm, Digga. Da war es doch zu lang. Ich bin hier doch bei Licht. Naja. Das muss halt jetzt reichen. Ich haue jetzt mal mit dem Ding auf das Auto ein. Weil mich das Auto echt so nervt, dass es hier die ganze Zeit so rumdödelt. Vielleicht habe ich irgendwas anderes falsch gemacht. Müssen wir mal gucken. Steckt doch Dinge ein. Hier kann ich das nochmal einstecken. Nein. So. Ne. Okay, das bringt alles gar nichts. Ich will, dass das Ding jetzt aufhört. Na, das ist hier irgendwo die Hupe. Der Alarm. Vielleicht kann ich damit ja die Ketten sprengen. Nee. Das geht wohl nicht. Doch. Nee. Was ist das? Es ist ein Spiegel, vielleicht kann man da ja reinhauen, aber nee, kann man nicht. Oh, oh! 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 Super asozial Du dumme Troller Dir zahle ich die Rente Oh, furchtbar Furchtbar, Alter Da wird mir richtig unangenehm Finde ich richtig schlimm Finde ich nicht geil Finde ich, gefällt mir nicht Ich muss diesen anderen Raum finden Ich renne jetzt zu dem anderen Raum Und hole mir dann erstmal die Pillen Kann ich den Hammer nicht Ne, kann ich nicht Okay, wir gucken nirgendwo hin Hier ist die Troller links Doch nicht Hier ist sie Hier ist sie auch nicht Oh mein Gott Ich kacke mich ein bisschen ein Wirklich Nee, das geht nicht Das war ein Versuch wert Finde ich Okay, gehe ich rein Keine Ahnung warum Vielleicht finde ich ein Feuerzeug Oh Das wollte ich nicht Nein 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 Ich kacke mich Okay, das hat schon mal nichts gebracht. Das ist natürlich falsch. Aber ich weiß jetzt auch nicht die Reihenfolge der Bilder. Nee. Okay, wahrscheinlich muss ich hier dieselben Sachen dranhängen wie in dem Gang hier vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja wirklich nicht, was von mir erwartet ist. Komm, hängen die nochmal hoch. Mal gucken wir uns die nochmal an. Okay. War hier nicht nur ein drittes? Ja. Also, Truller, Bande, Truller, Bande, Truller, Kreuz, Schleimtropfen. Ach, was ist das denn? Ach nee, das ist noch ein Bild, ne? Mann, nichts weiß ich von all dem Kram hier. Die, ja. Gerne kann im Chat mal jemand kurz helfen, wenn jemand was weiß. Hier brauchst du auch einen Hinweis aus dem Haus für. Okay, ich verstehe. Das ist einfach ein typischer Rätselraum, bei dem ich jetzt gerade nicht viel machen kann, ne? Es sind immer dieselben Bilder, Truller, dann die Bande und hier Pyramid, Pyramid Frau. Also, richtig kann ich jetzt kein Muster daran erkennen, aber ich habe ja wahrscheinlich auch noch nicht die nötigen Infos dafür. Jemand schreibt, Truller, Bande, Truller, Kreuz, Schleimtropfen. Da ich aber nicht genau weiß, warum, würde ich das jetzt mal einfach ignorieren, weil ich sicherlich später noch auf die Lösung komme. Was geht hier ab? Komme ich vielleicht doch raus? Nee, natürlich nicht. Jetzt macht die schon Klingelstreiche, die Oma. Ey, Omsen, was geht denn bei dir? Warum bist du so anstrengend? Geh doch mal auf Facebook. Schon wieder die Scheiße mit dem Auto. Mach das doch mal aus. Ist ja wie Phasmophobia hier. Huff. Ey, diese Schuhe, die standen da noch nicht. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich Idiot, laufe aber auch die ganze Zeit im Kreis. Okay, jetzt weiß ich aber, wo ich lang will. Ja, Moment, jetzt bin ich ja schon wieder. Ey. Ja gut, vielleicht muss ich hier durch. Ich weiß, wo ich dann rauskomme, aber... Ich muss irgendwie irgendwo anders hin. Oh, die Fallluke da unten, die kann ich noch nicht aufmachen. Mann, hier war ich doch auch schon. Natürlich, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich da hinkomme. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich weiß natürlich, dass ich hier eben schon mal war. Ah, ich weiß, warum ich nicht weiterkomme. Die Türen sind ja zu, zu denen ich eigentlich wollte. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich das erste Mal, als ich gespielt habe, für Rocket Beats aufgehört habe. Ich weiß nicht, warum ich das erste Mal, als ich gespielt habe, für Rocket Beats aufgehört habe. Das ist wirklich ganz schön mies, ey. Und die ganze Zeit hast du die Marmeladen-Oma da hinter dir. Die will ihren Preis. Die will den YouTuber-Preis. So, jetzt laufe ich hier hin. Und dann haue ich den Boden mal auf. Tja, Geister können nicht springen. Die muss ich jetzt ein Geisterseil holen. Oder eine Geisterleiter. Dann ist sie wieder hinter uns her. Irgendwie hängt... Ich hänge hier gerade fest. Schließen geht nicht. Simon hat wieder einen Bug entdeckt. Okay. Okay. So. Das ist voll komisch. So. Nimm den. Ja. Okay. Und warum kann ich denn jetzt nicht das Feuerzeug nehmen? Seht ihr, wo ist denn das Feuerzeug? Warum ist es nicht da? Eigentlich müsste es in der rechten Hand sein. Habe ich fallen gelassen? Ja. Habe ich fallen gelassen? Die Lampe habe ich fallen gelassen. Das ist echt krass, ne? Irgendwie ist die... Ist das Feuerzeug jetzt weg? Mein wichtigster, treuster Begleiter. Ich habe ihn irgendwie weggeworfen. Da sind ja schon ein bisschen mehr Leichen, als ich jetzt irgendwie angenommen habe. Whirling in an everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently by its guilty shadow. Ah, das ist für die Bilder. Ja. Inmitten eines nicht enden wollen Traums, ein zweiseitiger Mund, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Das könnten durchaus die Clues sein, die ich brauche. Ach, jetzt habe ich keinen Platz mehr, ne? Ja, aber ich kann doch... Okay. Also, ich mag das Spiel, aber das hat mich schon beim ersten Mal genervt. Das Item Management ist unter aller Sau, meiner Ansicht nach. Ist einfach nicht gut. Was kann ich denn jetzt machen? Jetzt müsste ich doch eigentlich... Aber das kann ich nicht, ne? Ah, okay. Das ist doch einfach dämlich, dass man das so macht. Sorry, aber das stimmt doch wirklich. So, jetzt habe ich das Ding. Jetzt nehme ich das Ding hier. Und jetzt geht's auch an. Alter, da habt ihr aber ganz schön Mühe euch gegeben. Das sind doch alles, das sind doch richtig schöne Rauchwürstchen. Der Mond. Der Mond. Oh, das ist wichtig. Der Mond. Der Schmetterling. Mond, Schmetterling, Schatten, das sind ja alles die nötigen Beispiele gerade hier für das Rätsel. Gar nichts? Na ja, gut. Also, Mond, Schatten, Schmetterling. Gibt es hier eine Möglichkeit irgendwo eine Kerze aufzustellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, einmal kurz gucken, ob man irgendwas damit machen kann. Okay, deswegen irgendwie kann ich es mir nur angucken. Abhängen? Ich probiere es mal. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Abhängen kann ich sie auch nicht. Ich kann nur mit ihnen abhängen. Das wäre natürlich so ein bisschen wie in Silent Hill. So das typische Rätsel, ne? Mit den Leichen. Kennt ihr? Haben wir ja auch durchgespielt. Ne. Also ein paar wichtige, sich wiederholende Elemente sind dieser Schaukelstuhl. Ja, diese Symboliken, die Bilder mit dem Mond und allem. Gott, das sind richtig krasse Rätsel, habe ich das Gefühl. Das wundert mich wiederum gar nicht, ne? Dass hier ein Mechanismus kaputt ist. Das wäre ja irgendwie aufs erste Mal, dass was läuft, wenn man es findet. Überall fehlt was, ne? Ich probiere mal das Ding, aber das ist ja keine Kurbel. Habe das Gefühl, dass mir gleich mein Vorzeug ausgeht. Und dann stehe ich dumm da. Okay. Hier war nicht viel mit der Kurbel. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht viel machen. Ich finde hier ständig diese seltsamen Räume und habe das Gefühl, ich bin hier fast zu früh. Und kann hier noch gar nichts machen. Aber hier sollte man eigentlich annehmen, dass das Rätsel innerhalb des Raumes lösbar wäre. Ach, da liegt doch was. Also, sage ich doch. Genau das will ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Das sind vielleicht die Leichen, die wichtig sind. Oder ich muss nur die Leichen ankurbeln. Okay, ich kurbel einmal alle hoch und dann kurbel ich die wieder runter, die es nicht sind. Das ist, glaube ich, besser als hoch und runter zu laufen die ganze Zeit. Aber da bleibt das eine Zeit. Oh, da geht was oben auf. Ach, ich glaube, es geht immer auf fürs Licht. Okay, so, jetzt sind sie alle offen. Das sind natürlich viel zu viele. Kurz den Zettel nochmal anguckt. Was steht da nochmal drauf? Untersuchen. So, wir lesen. In mitten eines jenen wollenden Traums... Ne, das... Ja, doch, vielleicht. Also drei. Ein zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. Okay, also auf der ist gar nichts. Die machen wir weg. Was ist hier? Gar nichts. Okay, auch weg. Auf der Seite ist auf jeden Fall hier so eine Totenkopfmache. Maske. Okay, lassen wir den mal da und machen die zwei hier weg. Machen wir so mal. Strategisch machen wir das jetzt. Den hier lassen wir. Hier kurbeln wir. Und auf Facebook schwurbeln wir. Ja. Danke, Donkey, für dein Abo. Ich werde es mir in die hintere Gesäßtasche stecken und immer bei mir tragen. So wie diesen Hammer, den ich auch nie wieder ablegen werde. Ab jetzt habe ich nur noch eine Hand. Die andere ist Hammerhand. Okay. Ja, der eine, den haben wir ja dann schon, ne? Das Auge. Der Mond. Also könnte man diese beiden jetzt auch einfach mal lassen. Vielleicht muss man die auch in der verschiedenen Reihenfolge sozusagen öffnen. Das hebe ich mir aber echt auf. Für später sollte es noch komplizierter werden. Der Schmetterling. Und das hier? Hier war gar nichts doch. Schatten. Okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, was wir alles haben. Also hier ist gar nichts. Das kann man schon mal wegmachen. Dann haben wir vier Sachen oder so. Den Schädel, den Schmetterling, den Schatten. Und was war das? Der Mond. Okay. Auge, Schmetterling, Schatten, Mond. Vorher mache ich noch mal eine Sache noch. Und zwar den einen mache ich noch weg. Moment. Ist das überhaupt der richtige? Ich gucke noch mal. Ne, gar nichts. Okay. Ah, Moment. Jemand sagt gerade, ich soll mir mal den englischen Text angucken, weil im deutschen Text manchmal was komisch ist. Okay, hier sind es ja. Two-Sided Moon, Clouded Vision, also Wolken und Auge. Mond und der Schatten. Okay. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz ein letztes Mal. Das Ding muss weg. Auf jeden Fall erst mal. So, und jetzt gucken wir noch mal genauer. Hallo Draco für dein Abo, Donkey und ja auch. Draco schreibt ein Sub für eine Person, die ich seit Giga nicht mehr losgeworden bin und bei ihrer Entwicklung begleiten durfte. Danke, Simon. Das tut mir aber leid, dass du mich nie losgeworden bist, wie so einen schlechten, wie einen schlechten Herpes. Immer wenn man nicht dran denkt. Simon. Schatten. Schatten ist schon mal richtig. Das ist auf jeden Fall eine der Geschichten. Ich glaube, der Butterfly ist das Problem. Schatten. Menschlicher Schädel. Ja, schwierig, ne? Eigentlich nicht, würde ich jetzt sagen. Clouded Vision. Schädel nicht. Ja, aber ich muss sagen, irgendwie, die beiden könnten ja schon zusammengehören. Irgendwie. Also, Clouded Vision. Two-Sided Moon. Das könnte Clouded Vision sein. Das ist Two-Sided Moon. Nur noch der Schatten. Also nicht der Schmetterling. und weder Schmetterling noch Totenschädel. Okay, Schmetterling ist da und Totenschädel ist da. Okay. Ich glaube, dass ich jetzt dem Ganzen auf jeden Fall einen Schritt näher gekommen bin. Das ist, was sie gesagt hat, übrigens. Du musst es mit beiden Händen greifen, um es zu verwenden. Sonst ist es wahrscheinlich zu schwer und du machst aus Versehen damit den Spiegel kaputt. Ich wusste es! Rätselmeister Simon K. Lässt sich von niemandem etwas vormachen. Escape Room, Escaper. Weltmeister 2022. Nächstes Jahr fange ich damit an. sowas, Montag. Ok. Sonst direnter. Jetzt bin ich endlich wieder hier. Da sind nämlich meine ganzen Sachen. Jetzt am liebsten erstmal kurz hier stehen und ein bisschen durchatmen. Na gut. Wie kann ich das nochmal wegstecken? ah ok ja das ist doof ne aber irgendwie auch logisch ich habe einfach zu viel muss ich alles wieder fallen lassen oh man es ist wirklich ganz furchtbar wie das hier gemacht ist soll ich lasse auch gerade noch mal den hammer fallen schade ok ich lasse das jetzt auch mal fallen ist halt dumm weil es jetzt irgendwie alles auf dem boden liegt aber dann kann ich erst mal alles sammeln und mich vor allen dingen sammeln die musik hat mir gerade mega angst gemacht okay dann mache ich vielleicht hier noch mal sachen gegenstände hin genau dass sie doch mal fallen ok die bleiben mal hier feuerzeug nehme ich und den hammer nehme ich natürlich auch bin ich bescheuert und dann nehme ich aber auch noch die pillen vielleicht soll ich die sogar nehmen da muss man mal abwarten so ne ok ja gut genug gemacht dieser fernseher macht mich fertig ich habe irgendwie das gefühl ich muss da jetzt was mit machen so ey das ist ja noch mal ne kerze geil die behalte ich jetzt mal die kann ich sicher irgendwo benutzen ich stehe doch in der scheiße drin ich bin im licht erzähl mir nix so und sollte ich sterben finde ich dann hier meinen hammer wieder soviel weiß ich noch ich kann es trotzdem reparieren ich kann es nicht reparieren du fettige alte plunze ja toll jetzt muss ich hier verrecken ne du dumme nuss du unfassbare dumme nuss jetzt kann ich hier nichts mehr machen die hat mich fucking eingelollt ja danke alter jetzt sterbe ich hier ah ok geht nicht ey dieses dreck spielen ne ich tuchse pilz fick dich das ist ja so furchtbar was mache ich denn hier ach das war ja furchtbar das war ja richtig furchtbar leute das war richtig richtig schlimm gerade ich hatte doch die scheiße mann das spiel ist wirklich 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 psychisch ganz schön belastend also ich sag das jetzt nicht um euch irgendwie es ist wirklich schlimm ich mache einmal noch eine session also jetzt ein leben gönne ich noch wie gemein das gerade war ich müsste jetzt wirklich ab jetzt habe ich immer eine kerze und eine glühbirne dabei weil das echt asozial war gerade super asozial ey so ach dynamisches inventar ok ja super ich verstehe ganzen scheiß nochmal ok das war schon nicht schlecht finde ich ok eine davon nehme ich mit habe ich denn kerze schon ne jetzt nehme ich noch eine kerze mit und dann nehme ich noch so jetzt machen wir die selbe scheiße nochmal wollen wir doch mal gucken wer hier am ende das licht wem das licht angeht da ist auch schon mein hämmer ich wünsche ich hätte einen hämmer ich würde einen hämmer in das hole ich würde einen hämmer in das hole die kann nämlich gar nichts machen nix kann sie hier machen da ist noch ein hammer den hole ich mir jetzt na nun wo ist der denn ach ja ich bin so dämlich ne eben gerade noch gesagt wo er ist das ist nicht normal das war vorher nicht hier what aber ich schwöre dir dieser ganze effekt eben der war nur dafür da damit man wenn man hier nach dem spiegel schaut sich mehr oder weniger einnässt sagen wir doch mal ehrlich da war doch ein Klo normalerweise normalerweise top 3 der dinge die ich nie machen würde hier wird viel gefallen das gefällt mir nicht bin ich schon wieder hier und alles ist schäpp und was hat mir das jetzt gebracht achso so komme ich hier wieder durch jetzt komme ich aber nicht mehr zurück hier war ja immer noch eine tür offen oder zu eher verschlossen geht nicht klemmt noch ach ich würde so gerne jetzt raus alter es ist wirklich macht mich fertig ey wie das spiel hier funktioniert das ist wirklich anstrengend aber auch geil aber es ist auch ganz schön huiuiuiui ich speicher mal hier fällt mir gerade auf ich habe gar nicht gespeichert kein wunder dass ich das war doch zu das habe ich schon mal zu gemacht leute aufgemacht meine ich mit die dazu oder ges Reflechts gleichzeitig damit du 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 ja da war das von eben aber nur so komme ich wahrscheinlich von dem einen Raum in den anderen das mag ich nie wenn du mir das sagst das mag ich überhaupt nicht ja dann leg doch das Feuerzeug mal weg okay dieser Spiegel ist unzerstörbar das hier könnte natürlich eine Hilfe sein weil das Bild gibt es ja auch in dieser anderen Situation ja da steht die halt einfach ne da steht die halt echt mal rum jetzt das ist jetzt halt echt mal die Olle hey mir geht so der Kackstift ja und jetzt habe ich kein Feuerzeug mehr es ist so schlimm es ist so unfassbar schlimm ich renne mal okay hier rechts komme ich nicht weiter jetzt ist die Tür wieder offen rechts komme ich nicht weiter hier was ist meine Aufgabe ich bin gerade ein bisschen ein bisschen verwirrt wo ich jetzt eigentlich hin muss vielleicht muss ich hier nochmal durch den Spiegel wer weiß was da nochmal genau war ich bin gerade twist and shout twist and shout come on come on come on come on baby ich will meinen Raum aber getwistet haben ja kratsch mal das ist aber leider bautechnisch nahezu unmöglich wir würden niemals die Genehmigung ich will einen Twist da heult die Oma weil sie nämlich die Glasrechnung bezahlen muss vielleicht ich mein ja toll ich habe ja gar keinen was ist nochmal mit dem Ding hier los was ist da drin ist nicht so wirklich zu erkennen sag mal sind hier immer neue Kerzen oder ach ne ich bin ja gestorben dadurch ist die Kerze ja auch wieder weg okay okay was habe ich ich habe eine Glühbirne ich brauche nicht so viele von diesen Dingern hier ich habe gesagt ich brauche nicht so viele ja Feuerzeug habe ich Lampe habe ich Pillen habe ich eigentlich ist hier ein sehr guter Moment um zu speichern Leute und vielleicht ich will ganz ehrlich sein ich bin ich bin nervlich ein bisschen am Ende ich kann das jetzt erstmal nicht weiterspielen ich werde das noch weiterspielen aber nicht ich kann das jetzt einfach nicht weiterspielen ich kann es auch nicht anders sagen ich kann jetzt einfach nicht ich kann es jetzt nicht weiterspielen aber es ist oh ne okay jemand sagt ich kann es in der Garage zerstören na gut die Glaskugel in der Garage das merken wir uns als nächstes die Glaskugel in der Garage das war das Sequel zu der Football in die Leisten falls es euch interessiert okay ich habe abgespeichert jetzt muss ich erstmal eine Sekunde lang jetzt muss ich erstmal eine Sekunde lang wieder durchatmen das hat mich echt ganz schön fertig gemacht es ist eines der grauenerregendsten Spiele die ich jemals gespielt habe es ist wirklich so es ist echt einfach nur mega schlimm ich glaube ich bin jetzt zweieinhalb Stunden ich müsste im zweiten Kapitel sein nee dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr davon gesehen dass ein neues Kapitel anfängt als wenn ich hier so gucke sehe ich auch nicht hier gerade mal gucken unlike other indie hero games that have emulated PT to an embarrassing degree Visage appears to be a true successor to Kojima Productions short-lived but seminal horror experiment ja also ich finde viel besser als PT wenn ich mal ehrlich bin weil man natürlich in PT nicht viel machen kann hier aber hast du extrem viel Krimskrams und die Leute sind auch hier absolutely petrifying ja hier sagt es auch jemand aber als negativ zwei Stunden gebraucht um die Steuerung bedienen zu können und so weiter Minuspunkt ja es ist wirklich furchtbar unständlich aber irgendwie ist es vielleicht auch ganz geil gerade weil man halt weiß oh man es wird mega kompliziert hier die in der hektischen Situation diese Gegenstände unter Kontrolle zu haben kann sein dass es damit auch ein bisschen was zu tun hat so ich gucke mal gerade unter how long to beat und Visage wie lange das Spiel denn eigentlich geht weil ich habe das Gefühl das könnte richtig lang gehen so gucken wir mal äh naja geht eigentlich ne Main Story 6 Stunden Main und Extras was auch immer das bedeutet 11 Stunden und wenn man alles haben will was ich definitiv nicht bin also wir können sagen 10 Stunden also haben wir jetzt ungefähr 20 25 Prozent also ein Viertel knapp durch ja bin ich sehr äh positiv gestimmt dass das eigentlich ne ganz okaye Zeit bisher ist ähm ich muss erst mal noch weiter kommen ich weiß allerdings auch nicht ne äh ob das ob ich das schaffe das bis zum Ende durchzuspielen ich kann es euch nicht garantieren muss ich ganz ehrlich sagen hat das eventuell ein VR Modus das würde ich gerne noch mal herausfinden äh da werde ich gerade mal googeln ne ob das nicht eventuell es wäre schon ganz schön geil Visage VR VR Visage in VR and you thought this game was scary ok da gucken wir kurz mal rein das kann ich mir durchaus vorstellen das Spiel in VR mal zu spielen danke be the shrimp ja ich weiß es nicht ne schwierig will ich das in VR ich möchte es eigentlich gerne mal in VR probieren ich glaube aber ich weiß nicht ob ich das durchspiele dafür ist es dann doch länger ähm ach komm Leute jetzt müsst ihr aber echt mal nö die Werbung gebe ich dir jetzt aber nicht schmeddelmielt so gucken wir mal rein ich will mal kurz wissen wie es denn ungefähr so aussieht oh ja es sieht halt auch schon so aus wie ich es befürchte aber die Qualität ist direkt ein bisschen runtergeschraubt sieht man aber ich kann mir vorstellen dass das für euch ja es kann für mich genauso spannend sein wie für euch die Frage ist nur immer bei solchen Spielen hat man die Möglichkeit das auch mit den äh mit diesen Dual Controllern zu spielen oder brauche ich äh wieder ein Xbox Pad bei manchen Sachen sind dann ein bisschen schwieriger zu spielen mit so einem äh also mit dem mit den Steam Controllern aber das sieht schon eigentlich ganz schön unterhaltsam aus wenn ich ehrlich bin das sieht schon aus wie etwas was ich gerne spielen würde ach ja ok ich kann mich nicht entscheiden naja müssen wir mal gucken ähm das Speichermenü sagte bisher 7% also habe ich noch nicht so viel aber ich kann mir vorstellen wie gesagt das irgendwann weiter zu spielen ähm ja mal gucken wie es so läuft ne auch gucken was die Leute wollen ist ja ein bisschen älter ich werde es noch spielen aber vielleicht nicht direkt morgen oder so ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen die ich ausprobieren will ja